Auf Befehl der Königswache von Sturmwind sollen alle Gnolle in dem Dreiecken genannten Gebiet in der südwestlichen Ecke des Rotkammgebirges getötet werden. Wenn ihr die Gnolle in dieser Gegend beseitigt habt, dann meldet euren Sieg Wachhauptmann Parker an der Sturmbacht. Die Gnolle in der Sturmbacht werden solltet werden. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?